Hey, da hab ich was gekochen, was ist das? Ach, Manni. Moment. Die Wehr, Sonnenmilch. Ey, Mann, was für deine Wenigkeit, wa? Zeig'n wir mal, gib'n wir mal ein bisschen drauf. Oh, Manni, da ist ein Propp rausgeflogen. Du bist so ein, Alter. Da war ein Propp vorher. Guck mich mal an. Was ist denn das hier? Ey, hör'n auf, Manni. Du alte Sau. Ich brauch' doch keine Sonnenmilch. Du brauchst doch nur noch. Ja, guck doch mal an. Da war vorher Broppen drinne. Ja, aber hör'n mal damit auf. Du hast ihn doch nicht mehr. Ist aber noch mal drinne. Mach' du mir noch konstig mit nem ganzen schönen Feuchversauen. Der sieht aus wie ein Verküll.